Musik 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 Asalaamu alaikum, my name is Usama Javed, I'm a chemical engineer. When I was doing a job in Pakistan, in one of the industry, there I saw a six-inch dia pipe, which can they say almost clean water was zaya warata. So I asked my mentor that why don't we save it, he replied that why should someone spend 40 to 16 million rupees on a waste water when the water is free. So this really strikes me, because I had to study that every year 25,000 children die due to waterborne diseases. And when I started this research, I realized that 99% of industries in Pakistan are not only in our water treatment plant. What was the reason for that? That was the reason for that the conventional system is that you need a lot of area. Number 2, it's a lot of capital costs. It's not possible to afford it. Number 3, you must be heavily profitable to bear it. So we started a research and we developed a system that was 18 times compact as compared to the conventional one. And the capital costs were almost half of the conventions. Number 3, the operational costs were very minimal that every industry can afford it. So we have the system developed. So we have the system developed it. It's all about how many industries can afford it. We have the SOPs and the number 2, we have the contribution towards the environment, we have the contribution towards the environment, we have the contribution to our environment. Number 3, we have the contribution to our environment. Das ist unsere Systeme. So, wenn man eine Industrie hat, wenn man die Kosten, wenn ich euch überraschst habe, 10 R.E., 1,000 Liter per hour für Waste Water, ist mehr als 1 Million Rupiz PKR für Konvention. Das ist unsere Systeme. Es ist weniger als 5 Lack Rupiz, weniger als 0.5 Rupiz. Und das ist die Option, das ist 0.007 Rupiz für 1 Liter. Und wenn wir mit dem Solar Panel haben, dann gibt es keine Operational Kosten. Und das ist unsere Systeme. Das ist unsere Systeme. Das ist unsere Systeme. Das ist die Konventionelle die Operational Kosten. Das ist rund 50 bis 60 Euro. Und das ist unsere Kosten. Das ist 10 Euro. Das ist unsere Systeme. Das ist 7 Euro. Das ist die Operational Kosten für 1 Liter. Das ist die Hauptsache. Ich habe die Hauptsache, die neue Industrie zu verändern. Wir werden die Efficient Plant installieren. Das ist die 80 Prozent. Das ist die Housholtz und die Faktoren. Wir werden die Recycle. Wir werden die Recycle. Wir werden die Recycle. Das ist die Schmerz. Das ist die Schmerz. Wir werden die nächsten 2. Das ist die Ruufer. So nur die EU. Wir werden die Leute zu verändern. Das werden die Wauker zu verändern. Das soll aufzunehmen. Gott der Energie, den wir mit dem und die besten Zuerkischen. Wir werden die durchs diese Boden. Das wird das in der eigenen Storici. Wir werden die Kohle zu verändern. in Pakistan-based manufacturing plant made in Pakistan plant who Allah ki hukam se ham joh most developed countries like German ham vohan install kar rhe honge secondly, ham log joh hai, woh gulfa bhi inshallah jah rhe honge, so, a positive image for environment, wo Allah ki hukam se, ham different countries may dhe rhe honge more than three, four countries inshallah, jab win karthay hain, to, mein košish karunga, ke, ye win ko celebrate kam kia jahe, walaus te jitni opportunities milengi, mein un sab ko, full follow-up ke sath, puri potential ke sath follow-up karun, ta ki, yaa se, meeri it should be my first milestone mujhe bade motivation mili inspiration mili, ki itne zhapratas ideas, Pakistan mein, joh grow kar rhe heng bade khushi hui dil se mujhe, ke jih ham log bhi, joh hai na, issa innovative path pe, joh hai na, woha chal paddhen, to, mujhe bade khushi hui NIV me part mj?. Bis zum nächsten Mal.